Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shakes & Fidget. Ja, was gibt es Neues? Am besten gehen wir da gleich mal zu den News. Denn es wird dieses Wochenende ein langes Halloween-Wochenende geben. Das heißt, es gibt bis Dienstag folgende Events. Das Pilzevent, Festungsevent, das heißt ein bisschen mehr Pilze finden, Festungsressourcen bei Quests finden, kürzere Kämpfe. Also Soldaten kann man schneller nachbauen. Dann die Toilette, gibt doppelt so viele Punkte, wenn man da was reinschmeißt. Dann im Shop höhere Chance auf E-Bigs, wenn man welche kaufen will, kann man das gerne machen. Ist jetzt zum Tränkeblättern auch super. Dann gibt es noch mehr Ressourcen für den Schmied. Da kann man die auch in Quests finden und man kann mehr Gegenstände zerlegen. Zusätzlich Pet-Event, das ist, finde ich immer ganz cool. Da gibt es dann kürzere Quest-Zeiten um anderthalb Minuten. Und man kann die dreifache Menge an Früchten überall finden und auch dreimal so viel füttern, also neun Früchte pro Pet. Zusätzlich gibt es noch den Hexentanz. Der Hexentanz heißt, es kann ins Klo bei der Hexe, wenn man die Schriftrollen hier oben alle komplett hat, jeder Gegenstand reingeworfen werden, den man hat. Jetzt im Augenblick bei mir kann man nur, was haben wir, Schuhe reinwerfen. Da habe ich jetzt keinen mehr da. Ich habe heute früh schon alle reingeschmissen. Und morgen kann ich dann meine ganzen Items, die ich hier habe, reinschmeißen. Ich habe jetzt schon schöne, teurere hier mir aufgehoben. Einige, die zweieinhalb Millionen wert sind. Das sind dann schon mal immer gleich ein Skillpunkt, zwei Items. Das ist gar nicht so verkehrt. Hier unten dann auch noch mal einer. Also da macht man schon ein bisschen was Plus, wenn man sich die Sachen jetzt aufhebt für morgen. Weil da kann man wirklich alles erstmal reinhauen und dann habe ich auf jeden Fall nach dem Event wieder sehr viel Platz im Inventar. Das ist schon mal schön. Ja, das bei dem Hexending, ich freue mich auch auf das Padding, äh nicht Padding, äh Pad Event. Da kann man wieder schön ein paar Früchte füttern. Ich habe jetzt meine Hauptpads eigentlich überall auf Stufe 200. Ähm, das ist schon mal ganz okay. Und wichtig ist, ihr könnt jetzt auch zu Halloween, ähm, das Pad, also die kleine Mumie hier finden. Und die ist für einige, die jetzt vielleicht auch erst neu angefangen haben, dann für den Weg zum Pad Leveln. Ist es auch nicht verkehrt, das Teil mitzunehmen. Dann hat man auch ein bisschen mehr. Und die Schattenpads sind sowieso für jede Klasse gut, weil die geben ja Ausdauer. Also immer ein Prozent mehr Ausdauer pro Pad. Das ist auch nicht verkehrt. Und dann halt immer, wenn man hochlevelt, gibt es auch nochmal ein bisschen für 200 Level auch nochmal ein Prozent drauf. Auf einem Pad entweder. Oder halt zwei Pads auf 100. Dann kriegt man da auch nochmal ein Prozent extra. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, heute habe ich ja schon meine Pads ordentlich gefüttert. Und, ähm, habe für morgen schon was aufgehoben. Ich denke mal, morgen werden die Früchte auf jeden Fall alle. Weil so oft, äh, so viel findet man meistens nicht, wie man dann verfüttern kann. Aber schon mal schön. Und dann leveln die alle ein bisschen schneller. Dann werden die schneller stärker. Ich kriege mir meine Prozente und kann dann eher im Dungeon oder im Portal die Gegner legen. So, ich habe jetzt hier mein zehntes Bier getrunken. Das heißt, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Und da nehme ich auch sowieso die beste Quest, die siebeneinhalb Minuten Quest. Die landet genau bei zweieinhalb Minuten. Und als letzte Quest, da möchte man ja immer gerne zweieinhalb Minuten übrig haben, dass man dann das am besten ausschöpft. Und genau das werde ich jetzt mal tun. Kann ich noch Glück spielen? Das dauert noch ein bisschen. Ins Klo habe ich schon was reingeworfen heute. Dungeon-Versuche mache ich jetzt erstmal nicht. Ich habe da irgendwie eine Chance von 0, irgendwas. Also weit unter 1%. Oh, wieso kickt der mich hier raus? Das lohnt sich jetzt erstmal hier für mich erstmal nicht unbedingt was zu machen. Außerdem bin ich jetzt Stufe 559. Da bin ich am Überlegen jetzt mit der Dungeon-Pause anzufangen. Ich werde mal gucken. Ich schaue gerade noch die Twitch-Streams. Also jetzt im Augenblick läuft der nebenbei. Um mir den letzten Drop noch abzuholen. Weil ich habe einen Ausdauertrank mir schon geholt. Den gab es gestern im Laden. Oder vorgestern glaube ich. Da konnte man den kaufen. Den habe ich mir erstmal aufgehoben. Und wenn ich dann jetzt noch den Intelligenztrank reinhaue, dann lohnt es sich auch schon wieder ein paar Dungeon-Versuche zu machen. Dann habe ich da eine 10-12%-Chance, was zu legen. Und dann würde ich mir nochmal ein paar Lichtwelt-Dungeons anschauen. Ich kann ja mal ganz kurz aufmachen. SF-Tools. Und meinen letzten... Okay, das ist noch ein Level. Also bin jetzt mittlerweile ein bisschen niedriger. Hier habe ich glaube ich... Ne, Tränke habe ich auch nicht drin. Und irgendwo konnte ich hier einstellen. Wo war es? Huch. Nein. Nicht das. Genau. Ich möchte den Ausdauertrank noch reinmachen. Und den Intelligenztrank noch. Und... Wieso macht er das jetzt nicht? Habe ich da auf den falschen Knopf gedrückt? Hm. Intelligenz und Ausdauer und... Muss ich jetzt nochmal neu laden? Nein. Ach, verdammt. Vorführeffekt, wenn man hier was zeigen will. Na, hier. Modifizieren. So. Das ist ein Magier. Muss ich das noch auswählen? Verdammt. Naja, zumindest... Komme ich dann auf irgendwas, was weiß ich... 21.000. Machen wir es halt per Hand. Falsch rum. Und gehen dann mal auf Simulieren. Dann habe ich hier gute 10% für die nächsten zwei Dungeons. Die geben zwar nicht ganz so viel XP, aber nochmal ein paar Bildchen für das Sammelalbum. Und wenn ich die... Okay, da gibt es nur noch 5%. Aber mal gucken, wenn ich das schaffe, die noch zu legen in den nächsten drei Tagen. Das mit den 5% sollte dann auch noch in etwa möglich sein. Dann kann ich auch noch die Dauerschleife probieren. Das ist 1%. Bei dem anderen Schattenwelt-Dungeon bin ich mir nicht ganz so sicher. Ob das Sinn macht, muss ich mal gucken. Zumindest kriege ich dann hier 200.000, 300.000, also fast 400.000 XP. Und das wurde dann noch ausreichen, dass ich die 400.000 XP kriege. Dann kriege ich hier nochmal 20% von meinem aktuellen Level als Erfahrung. Das sind dann irgendwie so 188.000 auch nochmal obendrauf. Plus das, was ich durch die ganz normalen Quests kriege. Dann könnte ich die Stufe 160 schaffen, bevor ich den Stufenaufstieg schaffe in drei Tagen oder in vier Tagen dann. Und dann bin ich gleich nochmal eine Stufe weiter. Das wäre ganz nett, denn ist der Stufenaufstieg nochmal ein bisschen mehr wert. Weil ja die XP, die man jetzt braucht, jedes Mal ein bisschen ansteigt. Das ist so mein Ziel, was ich jetzt noch drin habe für die nächsten drei Tage, was ich machen will. Und ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Arena Manager, der läuft ganz okay. Da gab es jetzt auch ein paar extra Runen. So viel Großes gibt es jetzt nichts zu sagen. Der läuft ganz gemütlich vor sich hin. Und ja, das sind so meine Ziele für die nächsten Tage, die ich noch schaffen möchte. Das war es dann erstmal für heute. Bis denn, ciao.